Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf den Videos. Wenn es mir nicht gelingt, sie zu überzeugen, kannst du immer noch machen, was du willst. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Hmm, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ja, die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Das wird sich zeigen. War das jetzt alles? Reicht dir das noch nicht? Also gut, ich lasse dich auf die Konferenz. Es ist einfach der bessere Weg. Du hast heute viel Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Rohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ihr. Und eines noch. Wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Lebe wohl. Warte! Alter! Da sie jetzt hier sind, nehme ich an, sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe ihre sabotiert. Boah. Alter! Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen. Delvin! Es tut mir leid, Faye, aber ich... Delvin ist wichtiger als du. Er wird von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Aber ich vielleicht. Zeitkapsel. Die Zeitkapsel scheint so gut wie startklar zu sein. Lass dir was einfallen, Faye. Ähm, 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 ähm. Die Zeitkapsel ist dir was... Ja, 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 ja. Sehr gut. Was soll man machen? Mit dem Schraubenzieher? Schraubenzieher irgendwo reinstecken. Delvin mit dem Schraubenzieher erstechen. Kannst du einen Schraubenzieher gebrauchen? Nein, danke. Der Laser benötigt ganz präzise Instrumente. Ach so. Gut, dann ziehen wir einfach mit dem Paddel eins über. Guck mal, das hab ich gebastelt. Bist du damit durch San Francisco gepaddelt? Ja. Alle Achtung. Keine Ahnung wie. Nein, ja, Mist, Mist, nein. Ich hab aus Versehen auf ESC gedrückt. Ach, scheiße. Was sollen wir machen, was sollen wir machen, was sollen wir machen, was sollen wir machen? Zeitfunk, Kamera. Kamera, knipsen. Ich weiß nicht. Zeitkapsel, knipsen. Bestimmt nicht. Scheiße. Lampe. Zeitkapsel. Delvin, Zeitkapsel. Delvin war doch nicht unten. Der kann damit nichts anfangen. Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Salvador und Delvin könnten jeden Moment ohne mich abreisen. Äh, Kraftwerkvideo. Delvin, wir müssen zu dieser Konferenz. Ihr macht einen Fehler. Faye, ich muss nachdenken. Ähm. Hey, lass die Kassette bitte liegen. Aber. Befolge nur einmal die Befehle von Salvador. Vielleicht können wir sie vertauschen. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. Boah. 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 So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott. Zeitsprung abbrechen. Zu spät. Die Zeitgriff wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um. Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin. Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher. Am 21. März. Nein, halt. Am 20. Und das Jahr. Das Jahr. Mein Gott. Was hatte Salvador gesagt? Ich hoffe, das war richtig. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Banis Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie. Hast... Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass sie Gottverdammt nochmal verschwinden. Verschwinden! Drücken ist nicht, Alter. Kapitel 3 Kapitel 3 Raues Erwachen So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt wird er wohl kaum noch kooperieren. Auch nicht weniger als vorher. Was sind das nur für Leute? So eine Art Öko-Terroristen? Und wo bin ich hier? Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Ja, denn nur in Norwegen gibt es Fjords. Ein Waschbecken, das ziemlich ranzig aussieht. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Und Faye und ein anderer Typ, den wir nicht kennen, haben uns... Ja, gekidnappt. Geswenzernäppt. So ein ähnliches Modell wollte ich für die Atlas auch haben. Nur Lissa war dagegen. Sie meinte, es war schon schwer genug, den Männern beizubringen, den Sitz danach wieder runterzuklappen. Eine futuristische Toilette? Nicht schlecht. Ich komme nicht ran. Oh, ich muss doch so dringend kacken, Mann. Ach. Ganz toller Plan. Das geht bestimmt in die Hose. Wortwürdig. Ganz toller Plan. Ja, warum denn auch nicht? So, ein Finger... Ne, ein Fußnageknipser. Das Hygieneset von diesem Rowdy. Okay, eine Dusche. Fließendes, warmes Wasser. Wenigstens ihre Rohre sind zivilisiert. Können wir die anmachen? Klar. Gut. Fließt wenigstens. Ja, 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 ja. So, Griff. Wette ich jetzt einen Plasmabohrer, dann wäre das alles kein Problem. Stattdessen habe ich Kopfschmerzen und bin an einen Duschgriff gefesselt. Willkommen zurück im Leben, Bent. Wir haben dich vermisst. Verbiegen. Mit den Händen? Naja, dann eben abtreten. Mit den Knien? Oh. Nimm den Kopf. Benutz doch deinen Kopf, Mann. Ventilator. Ach ja, ein Ventilator. Der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Okay, Inventar ist leer. Ähm, was können wir machen? Was können wir machen? Vorhang. Nein, den Vorhang. Den Vorhang wollte ich. Sie hatten noch nicht mal den Anstand, ihn zuzuziehen. Schweine. Zuziehen? Das bisschen Privatsphäre reicht doch vollkommen. Gut. Dann halt nur ziehen. So, hoho. Und jetzt? Und jetzt haben wir eine Vorhangestange, die wir ansehen werden. Mein letzter Strohhalm. Jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen. Na dann. Ähm. Benutzen. Ähm. Griff. Jawohl. Oh, mein Kreuz. Alter Mann, hin oder her. Es steckt doch noch Leben in diesen alten Knochen. Ihr werdet schon sehen. Oh ja. So, und jetzt schnappen wir uns noch den Fußlageknipser. Und benutzen ihn auch so gleich. Diese junge Aktivistin und ihr Freund sind das Problem. Nicht meine Fingernägel. Ja, wir nehmen ihn trotzdem einfach mal mit. So. Fehlt nur noch der passende Plan. Mhm. So, Ventilator. Ich würde jetzt da am liebsten rausgehen, aber das wird bestimmt nicht einfach. Die ist zu. Ja. Und wir lauschen erst mal. Ich kann nichts hören. Der Rotor ist zu laut. Okay. Kicken wir sie irgendwie auf. Sie haben sie abgeschlossen. Es war wohl zu erwarten, dass die Fesseln nicht lange halten würden. Okay. Können wir sie aufbrechen? Mit bloßen Händen wird das nichts. Aber vielleicht ja mit den Fingern und Fußnagelknipseln. Kladderer Dutch. Nichts als Unfug. Eine Schraube. So ein Käse. Eine Schraube. Eine Kreuzschlitzschraube. Sie hält irgendetwas an der Außenseite des Helikopters. Ist bestimmt eine gute Idee, die abzudringen. Du brauchst es schon mehr als verharrte Wurstfinger. Dusche. Können wir die jetzt irgendwie benutzen? Klar. Wir können sie immer noch benutzen, aber wir machen es nicht. So. Schrank öffnen. Ein Kamm. Den nehmen wir mal mit. So. Können wir den Schrank wieder zumachen. Und den anderen nochmal öffnen. So. Ein Aftershave. Ah ja. Hier steht es auch schon. Achtung. Leicht entflammbar. Bei feuerschwarzem Rauch unter keinen Umständen einatmen. Lebensgefahr. Ja. Das wird man gerne hoffentlich benutzen. Das ist keine Raucher. So. Wobei. Doch. Sie sollten es vielleicht benutzen. Okay. Schauen wir uns an, was wir hier haben. Ein Aftershave. Ein Kamm. Vielleicht können wir mit dem Kamm ja die Schraube rausdrehen. Tatsache. Verdammt nochmal. Doch nicht. Okay. Können wir das auch so schief auf den Kamm machen? Das ist doch Quatsch. Oder vielleicht die Reinkombinierung. So ein Käse. Gut. Ähm. Er rutscht immer wieder ab. Mein Rücken würde es mir danken. Aber je früher ich hier raus bin, desto besser. Zum Glück habe ich eine starke Blase. Die Spülung könnte mich verraten. Ein Brüchig ist ein völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Ein Brüchig ist ein völlig verkalktes Waschbecken. Ja, 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 ja. So, Fenster. Können wir das vielleicht aufmachen? So, und rausschauen. Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Ähm. Mal gucken. Kamm. Bumbug. Aftershave. Gehen doch nicht. Das ist doch Fierle. Ja, nein. Ich will doch eher nur den Fußlageknipser. Ja. Hm. Die Frage ist, wovon rutscht er denn mit dem Kamm immer wieder ab? Pfe. Blanke. Gut, gut, gut. Besser nicht. Ich will nichts ge- Okay, Moment. Ich will das nochmal kurz probieren. Verdammt nochmal. Er passt, aber ich rutsche immer wieder ab. Okay. Er rutscht vom... Mein Bad bleibt. Kamm ab. Stechend und salzig nach dem größten Labor der Welt benannt. Herrlich. Ja. Spitzbergener Luft. Das war mal Barnys Marke. Bis Lissa eine Flasche ins Labor mitnahm. Guter Duft. Aber fieses Zeug. Hm. Schraube. Wir rutschen immer von der Schraube ab. Aber was können wir denn damit... ...gegen tun? Können wir dem Aftershave irgendwie... Ich bin doch nicht mehr Schucke. Okay. Okay. Offensichtlich nicht. Weil hier können wir auch nichts mehr machen. Fenster rausschauen, schließen. Warum können wir denn das Fenster auf und zu machen? Das macht ja auch wieder keinen Sinn. Humbug. Kokolores. 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 Puh. Ich schütte es lieber nicht weg. Vielleicht brauche ich es noch. Hm. Ähm. Schmonzes. Was? Schmonzes? Das ist doch Quatsch. Schmonzes. Ein brüchiges und so viel normales... Ja, 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 ja. Die Toilette. Kommen wir irgendwas mit der Toilette machen? Das ist doch Quatsch. Ähm. Schwachsinn. Entschuldigung. Schrott. Ähm. Der Himmel kann ruhig verpestet werden. Ja, ja, ja. Ähm. Das überfordert mich jedoch schon wieder sehr. Das... Klar.